Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. Und ja, beim letzten Mal hatten wir ja die Zivilisationsphase beendet, ne, und sind jetzt... haben uns ein Raumschiff gebaut, wir haben die Raumfahrt erfunden, Freunde. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg ins Feldall, Leute. Wir haben die grundlegende Funktion beim letzten Mal schon geschafft. Und jetzt steht die große Reise an, wir verlassen unseren Heimatplaneten. So, Leute, wir sollen hier fliege zum Planeten Brügge. Wo ist denn der Planet Brügge? So, wir können weiter rauszoomen. Wir sehen quasi jetzt schon hier unser Sonnensystem, Leute. Hier, T3-Planet, der kriegt nämlich... Wir können, genau, wir können Gewürze einsammeln, Leute. Unser Planet hat rotes Gewürz. Das können wir im späteren Verlauf verkaufen. Und ja, genau. Verlegene Plaketen, ja, okay. Gut, Leute, wir sollen zum Planeten Brügge fliegen. Das sieht sauer interessant aus, Leute, wirklich. Wir sind jetzt hier voll im Weltraum. Wir haben uns von einer kleinen Zelle zu einer Weltraummacht entwickelt. Und wir fliegen jetzt hier von Planet zu Planet. Richtig cool. Ja, okay, dann fliegen wir mal zum Planeten Brügge an der Sonne vorbei. So. Dann sollen wir auf den Planeten drauf. Genau. Da, genau. Da ist etwas auf dem Schiffsradar. Ja, was haben wir denn da? Oh, okay. Es ist ein abgestürztes Raumschiff. Und es sendet ein seltsames Funksignal aus. Fliege dorthin und untersuche mit dem Scanner-Werkzeug die Abstoßstelle. Ah ja, also mit dem Scanner-Werkzeug. Das ist ja das hier. Gut, dann müssen wir jetzt mal dahin zu dem Raumschiff. Guck mal hier, wir sind auf einem anderen Planeten, Leute. Und der sieht ziemlich wüstenmäßig aus. Das hier unten kann ich euch auch nochmal kurz erklären. Und zwar, wir können ja jeden Planeten können wir hier terraformen. Das heißt... Ja, wobei, das erkläre ich eigentlich später, ne? Das wird eigentlich später vom Spiel erklärt. Erstmal hier das UFO untersuchen, Leute. Da ist es. Da ist es, Leute, das Raumschiff. Krass. Aliens! Es geht schnell jetzt, Leute. Außerirdische. Aber keine Lebenszeichen. Sieht aus, als hätten sie vor ihrem Tod noch irgendwelche Art verschlüsselte Landkarte gezeichnet. Moment. Das Warg hat einen Transportstrahl aktiviert. Mehrere Objekte werden an Bord geholt. Was? Okay. Was zur Hölle? Hier. Aha. Wow. Wow. Raketen und ein interstellarer Antrieb, in der offenbar Sternen... In der offenbar Sternen... In der offenbar Sternenkoordinaten einprogrammiert sind. Der Schaden am Frack scheint von einem Kampf her zu rühren. Okay. Das Schiff sollte wahrscheinlich für einen anderen Planeten Hilfe holen. Hat es aber nicht geschafft. So, in die Galaxie an sich zu wechseln. Jetzt geht es aber los. Was haben wir denn hier? Protonenrakete. Okay, krass. Mini-Laser. Geil. Haben wir den Laser hier. Ah, ist kaputt. So, wir sehen, der Planet ist unbewohnt. Es ist so eine Art Wüstenplanet hier, ne? Genau, es ist eine Art Wüstenplanet. Hier gibt es gar nichts. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus von dem Planeten. Hier gibt es eine Nachricht, Leute, für uns. Dann mache ich das doch mal. Fliegt mal nach Hause. Oder auch nicht. Klicken wir hier drauf. Ne, eigentlich muss ich komplett raus. Genau, Leute. Und jetzt verlassen wir quasi schon unser Sonnensystem. Genau. Der interstellare Antrieb des Wracks antwortet auf ein Ortungssignal von einem Stern in der Nähe, der zu den Koordinaten im Speicher passt. Das muss ihr Heimatplanet sein. Vielleicht brauchen sie immer noch Hilfe. Schaut mal, Leute. Wir sind im interstellaren Raum. Es geht so schnell, ne? Wirklich. Schaut mal. Schaut mal, wenn wir rauszoomen. Tada. Hier ist die Galaxie, Leute. Wow. Und die Hintergrundmusik von Subodititelmusik. Wir sehen, wir sind ziemlich weit weg vom Zentrum. Wow, Leute. Wir haben uns so krass entwickelt. Wirklich. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, flieg mal dahin. Zack. Und um da jetzt weiter reinzugehen in das Sternensystem, einfach reinzoomen hier. Ja, und jetzt. Gibt es hier irgendwas? Oh, schaut mal. Dieser Planet, der hat hier... Wir müssen darauf achten, dass wir hier Dings kriegen. Verschiedene Gewürzarten. Weil das braune Gewürz, das ist... Ich liege zum Planeten Marina. Hier ist Marina. Genau, das pinke Gewürz ist ein bisschen seltener als unser braunes. Deshalb bringt es auch später mehr Kohle ein. Gut, Leute. Wir sind auf Marina. Jawohl. Da ist was auf dem Schiffsradar. Ja, was denn? Oh. Äh. Okay. Zu spät. Diese Ruinen sind alles, was von der Heimatkolonie der Außerirdischen aus dem Wrack noch übrig ist. Ein Scan der Ruinen gibt uns vielleicht Hinweise darauf, was hier passiert ist. Ach du Heilige. Das ist ja echt traurig, was hier passiert ist. Wirklich. Die haben es nicht überlebt. Schaut euch mal das an. Wow. Scannen. Okay. Leute. Der Scan hat nichts ergeben, aber eine Reaktion hat er trotzdem ausgelöst. Wir haben da irgendwelche Aktivität auf dem Radarschirm. Ja, was denn? Oh. Oh nein. Der Scanner muss die Verteidigungsanlage der Kolonie aktiviert haben. Diese Drohnen wirken nicht sehr freundlich. Moment. Da kommt ein Funksignal rein. Äh. Mel. Warnung. Eindringlinge der Grox entdeckt. Alle Grox Eindringlinge werden vernichtet. Grox? Initialisiere Selbstverteidigungscode Grox 999. Alle Grox Eindringlinge werden vernichtet. Wir sind keine Grox. Warnung. Alle Grox Eindringlinge werden vernichtet. Zum letzten Mal. Wir sind keine Grox. Oh oh. Wir müssen uns verteidigen, Leute. Ähm. Gut. Dann machen wir hier Laser und noch so eine Rakete. Komm. Oh. Zack. Oh. Noch mehr hier. Oh. Laser. Zack. Wow. Da haben wir jetzt schon unser erstes Raumschiff hier kaputt gemacht. Da kommt noch einer. Da hinten kommt was. Sicherheitsdrohne. Der hängt aber irgendwie fest. Ja gut. Dann macht den hier so mit dem Laser kaputt. Okay. Krass, Leute. Wir haben es kaputt gemacht. Wir haben es geschafft. Kehre auf deine Heimatwelt zurück, um deine Mission abzuschließen. Alles klar. Ja, den Planetendien könnte man jetzt theoretisch besiedeln später. Ich glaube, der sieht gar nicht mal so schlecht aus, der Planet. Gut. Allerdings hat der kein Gewürz. Das hier hat blaues Gewürz, Leute. und der hier pink ist. Wow. Kehre auf deine Heimatwelt zurück. Dann würde ich sagen, mache ich das doch mal. Genau, wir können uns hier zu jedem Stern fortbewegen. Allerdings müssen wir jetzt erst unsere Heimatwelt zurück. Okay. Geil. Dein Seti geregt empfängt starke Funken Signale von diesem Stern. Fliege hin und erforsche. Ja, das sind wir. Das sind wir, Leute. So, Froschi reich. Hier, neue Mission. Zack. Mission ausgeführt. Wir wussten, dass wir nicht allein in der Galaxie sind. Spuren einer untergangenen Zivilisation, feindliche Sicherheitsdrohnen und die Grox. Es ist offensichtlich, dass wir unsere Erforschung der Galaxie weiterführen und uns auf mögliche Feindseligkeiten vorbereiten müssen. Dazu brauchen wir Kolonien als Operationsbasen. Unsere Wissenschaftler sind bereits dabei, einen interstellaren Antrieb zurückzuentwickeln. Zurückzuentwickeln? Okay. Außerdem haben wir für dein Schiff ein Siti-Gerät entworfen. Es fängt Signale anderer intelligenten Wesen in der Galaxie auf, wenn du Sterne damit anvisierst. Ah ja, okay. Kapitän, wir brauchen dich im Kopjet unseres Raubfahrtprogramms. Sehr schön. Wir müssen unser Reich und unseren Wohlstand vergrößern, indem wir auf anderen Planeten Kolonien errichten und Rohstoffe fördern. Das war ja das, was ich eben gesagt hatte. Wir haben eine Freiwillige dazu verpflichtet, mit dem unfassbar effektiven Kolonieunfassbar-Paket zu arbeiten, damit wir uns auch deinem Kolonisierungswerkzeugkasten hinzugefügt haben. Unsere Astronomen haben das Himmelszelt beobachtet und einen bewohnbaren Planeten ausfindig gemacht. Er schau mal hier. Jetzt haben wir hier das Hauptmenü von unserer Rasse und wir können mit denen handeln, wir können reparieren, wir können aufladen, Energie ist aber voll hier, Leute. Gut, wir können handeln, wir können 120.000 wir können zumindest schon mal unser Salz verkaufen, ja. Salz sag ich schon, unser Gewürz verkaufen. So, Leute, dann würde ich mal sagen, hey, was machst du denn? Wir müssen unsere Kolonien errichten. Ja, dann mach es halt. Der Planet Röte. Gut, dann haben wir jetzt hier quasi unser erstes Kolonie- und Fassbar-Paket bekommen. Umsonst quasi. Und genau, der Sternenkartenfilter helfen dir bei der Navigation in der Galaxie. Filter mein Reich zeigt ja, okay, gut, jetzt Verbündete und Feinde mache ich mal an, Imperien mache ich mal an, besucht mache ich mal an, okay, Leute, da sehen wir jetzt hier quasi schon, welche Sterne wir besucht haben. Es geht so schnell. Okay, dann gehen wir hier rein. Ich hoffe, dass es ein guter Planet ist. Oh, was haben wir denn jetzt? Das ist so interessant, Leute, wirklich. Planeten in grünen Umlaufbahnen sind leichter zu Terraformen und zu kolonisieren als Planeten mit roten und blauen Umlaufbahnen. Genau, Leute. so röte, ja, der hat braunes Gewürz, aber ist okay, der Planet ist erstmal in Ordnung. Ähm, genau. Kolonien können auf jedem Planeten angelegt werden, von kargem Mond bis zur blühenden Terra-3-Score-Oase. Ertragleiche Kolonien erfördern Gewürz, das gehandelt werden kann. Na gut, aber das hier ist eigentlich, das ist ein Schrottplanet, wirklich. Das ist ein Mond, Leute, das ist kein Planet, das ist ein Mond. Naja, gut, wir sollen hier auf jeden Fall unsere erste Kolonie machen. Dann machen wir das doch einfach. Ich würde sagen, wir platzieren die da vorne hin. Na, Leute, wir machen jetzt quasi unsere erste Kolonie schon mit unserem Reich, das geht so schnell, wirklich. Gut, dann macht das mal hier. sehr schön. Oh, cool. Ja, Leute, sehr geil. Da haben wir unser erstes Haus gebaut. Sehr geil. So, Glückwunsch, dein Reich ist gewachsen. Die Produktivität jeder Kolonie hängt von ihrer Größe ab und wiederum wird von Terrascore des Planeten begrenzt. Investiere erst ins Terraforming, gründe dann Kolonien und errichte Gebäude, um maximalen Gewinn zu erzielen. Genau, Leute, wir müssen Terraformen. Das heißt, hier, der Planet, jeder Planet muss ein perfektes Gleichgewicht aus Temperatur und Atmosphärendichte haben, um Lebewesen hier zu herzubergen, sag ich mal so. und Froschikolonie, genau. Da können wir maximal drei Kolonien drauf errichten und hier haben wir verschiedene Pflanzen, Leute. Verschiedene Pflanzen und wir können jetzt hier in die Kolonie Planereien bauen. Hier könnten wir Gebäude bauen, aber Kolonien kaufen ihre eigene Fahrzeuge. Okay, aber hier haben wir jetzt unsere Menschen hier rauf und rumlaufen auf dem nächsten Planeten. Mit dem Kopf, mit dem knickenden Kopf. Oh, meine Mann. Ja, genau, Leute. Genau, Leute, Nakaya. Ja, und wie gesagt, also wir müssten jetzt theoretisch erstmal diesen roten Punkt müssen wir irgendwie in die Mitte bringen auf T3. Allerdings brauchen wir für den roten Punkt erstmal mehr Atmosphäre. Kehre auf deine Heimatwelt zurück, dann mache ich das doch mal direkt. Gut, dann zoomen wir direkt hier raus. Ah, wir können jetzt auch hier woanders hinfliegen, machen wir gleich, aber wir machen erstmal unsere erste Mission fertig. Hallo. Wieder einmal ausgezeichnete Arbeitkapitän. Eines Tages wird unser Reich die Galaxie beherrschen. Wir verlassen uns darauf, dass du die Kolonie regelmäßig besuchst, um das produzierte Gewürz abzuholen. Wie denn, ihr habt mich auf den Mond geschickt, Leute. Naja, gut. Unsere Wissenschaftler sind damit beschäftigt, neue Technologien zu entwickeln, um den Terrascore von Planeten zu erhöhen. Eines Tages wird das auch unseren neuen Kolonie Planeten zugutekommen. Genau, bis dahin müssen wir uns um dringendere Angelegenheiten kümmern. Bist du bereit, weiterzumachen? Kapitän, wir haben Signale aufgefangen, die vermutlich von anderen hochentwickelten Wesen in der Galaxie stammen. Du musst mehr über sie herausfinden und den Erstkontakt herstellen. Ah, ja, okay. Benutze das City-Werkzeug an Bord deines Schiffs, um sie schneller zu finden. Wirst du diese bedeutende Mission übernehmen? Natürlich. Dein Kurzstrecken-Kommunikator ist mit einem Universal-Dolmetscher ausgerüstet, der die Kommunikation mit allen außerirdischen Rassen ermöglicht, denen du begegnest. Nicht schlecht. Ich kann es ja nicht mal so sagen. Nicht schlecht, Leute. Damit die Verbindung aufgebaut werden kann, musst du dich innerhalb ihres Sonnensystems befinden. Wir konnten den Ursprung dieser Übertragung nicht genau bestimmen, du musst dich also ein wenig umsehen. Sobald du im interstellaren Raum bist, fliege zu den Sternen, auf die dein Seed, die Werkzeugen mit Funkwellen und Audiosignalen reagiert haben. Das sind ziemlich sichere Hinweise. Der Weltraumflug führt zu Abnutzungserscheinungen an deinem Schiff. Kehre nach Hause zurück, wenn dein Schiff repariert und aufgeladen werden muss. Dabei kannst du gleich bei der Missionszentrale anfragen, ob weitere Aufträge im Rahmen da vorliegen. Wir warten auf deinen Bericht, sobald du Kontakt mit den Aliens aufgenommen hast. Viel Glück bei der Suche. Danke, tschüss. Ja, Leute, wir sollen Aliens finden. Aliens suchen. Alles klar, cool, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen... ...da müssen wir jetzt hier irgendeinen Stern suchen, wo... ...wo es hier Signale gibt. So, Leute. Gibt es hier irgendwo Aliensignale? Irgendwo müsste das Ding ausschlagen. So, fliegt mal hier hin. Na, ich glaube, man findet das... Moment, findet man das denn? Was ist das denn da? Oh, schaut mal hier, was ist das denn? Was ist das denn? Eine Galaxie? Oh! Wow, Leute. Nur schlecht. Da ist eine seltene galaktische Formation gefunden. Das ist ein Wurmloch, Leute. Ich speichere das Spiel erstmal. Und... ...da haben wir direkt ein Wurmloch hier vor der Haustür. Nicht schlecht. Die Wurmlöcher sind quasi, glaube ich, Abkürzungen. Oder? Ah, nee, gar nicht wahr. Das sind... Was ist denn das? Was ist denn das, Leute? Ist das ein Neutronenstern? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall kann ich nicht rein. Okay, Leute. Ähm... Hier ist aber keiner, der irgendwie außerirdisch ist. Oh, schaut mal unsere Energie, Leute. Wir müssen wieder nach Hause. Unsere Energie ist fast weg. Ja, also jeder flugt zu einem anderen Stern. Oh, braucht quasi mehr Energie. Genau. Das Gewürz gesammelt. Ja, ja, das habe ich ja schon. So, dann... ...laden wir unsere Energie auf. Mission. Nein, 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 nein. Okay, geh weg. So. Ähm, ja. Wir sollen nach wie vor Aliens finden, Leute. Das würde ich ganz gerne jetzt bald mal schaffen. So, was haben wir denn hier? Unbeansprucht. Ah, cool, Leute. Unbeansprucht. Gut, dann fliegen wir zu dem Stern. Haben wir hier... Ah, T3. Leute, schaut euch das mal an, T3. Da ist... Da wohnen welche. Piglefitsch. Aber die sind noch in der Zivilisationsphase, wie wir da oben auf dem Bereich sehen. Das ist doch interessant. Gehen wir da drauf. Da beobachten wir die mal. Schaut mal hier, die sind noch voll in der Zivilisationsphase hier. Die Leute. Schaut mal. Schaut mal hier, die haben hier ihre Städte. Die sind eine Phase vor uns. Krass, Leute, krass. Wirklich krass. Hier unten tobt ein Krieg. Oder was? Wow, Leute. Eine fremde Welt. Richtig cool. Genau, hier tobt ein Krieg, Leute. Genau, die sind noch in der Zivilisationsphase. Krass. Cool. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier alles kaputt machen würden, ich glaube, dann würden wir den... Ich glaube, dann würden wir den besetzen, den Planeten. Ach, Mensch, Leute. Hört doch mal auf, hier die ganze Zeit das anzuzeigen. Ja, gut, egal. Ich glaube, das geht wieder weg, oder? Ne, Moment, wisst ihr was? Ich werde das mal speichern. Und dann mache ich das mal kurz weg. Also, bis gleich. Ah, jetzt ging es ohne Probleme, das wegzumachen. Okay, Leute, gut. Wir sollen nach wie vor... Ähm... Mein Handy wieder, Mensch. Wir sollen nach wie vor Aliens finden, ne? So, der Stern ist weit weg. Den können wir erreichen. So. Finden wir denn eine andere... Oh! Grünes Gewürz, Leute. Wir haben richtig viel Gewürz hier. Das ist saugut. Wir sind irgendwie ziemlich alleine hier, kann das sein. Wir sind hier ziemlich... Da! Da hinten, Leute. Da hinten. Da geht doch direkt mal hin hier. Los. Da sind Aliens. Sehr schön. Genau, Leute. Geht mal hier rein. Das X-Plex-Reich. Ah, ja. Okay, Leute. Sehr, sehr cool. Erpels Gleichung war korrekt. Eine lebende außerirdische Rasse. Wir sind nicht allein. Es sieht so aus, als hätten sie einen Gesamten geschickt, um dir Grüße zu vermitteln. Vielleicht solltest du mit ihnen reden. Öffne dein Kommunikationsmenü. Die sind blau, Leute. Die sind freundlich. Sehr schön. Wir mögen neue Bekanntschaften. Sehr gut. Ah, ha. Die Aliens. Willkommen, willkommen und nochmals willkommen. Du hast da ein hochinteressantes Schiff. Ich würde zu gerne mal mit den Ingenieuren plaudern. Wirklich faszinierend. Du musst mir die Einzelheiten verraten. Oh. Schau mal. Die sehen so cool aus. Ich gehöre zur Froschispeetis. Ich komme in Frieden. Wesen deiner Großartigkeit geben doch sicher auch großartige Summen aus. Ah, hier kauft ihr das Aufladen. Nämlich was, Leute. So Handel. Oh, schaut mal her. Wir können ein Kolonie-Paket von denen kaufen. 97.500. Das können wir uns sogar leisten. Kauf das. Genau. Da lachst du, ne? Ja, genau. Sag uns bitte, wie wir deinen Aufenthalt angenehmer gestalten können. Geil, Leute. Wir haben... Wir haben einen Verbündeten schon fast. Sehr, sehr gut. Wir sind dir gerne behelflich. Diplomatie. Erzähl mir von deiner Philosophie. Wir leben... Wir leben unser Reich genauso wie unsere... Okay. Danke. So. Gut, dann lad uns auf hier los. Danke. Der lacht uns hier aus, ey. Mann, Mann, Mann. Okay. Kehre auf deine Heimatwelt zurück. Der Flitter Verbündete und Freien. Na ja. Habe ich schon angemacht, Leute. Cool. Wir haben unsere... Was wollt ihr? Oh nein. Du hast unsere Grenze übertreten. Sei froh, dass wir nicht schon im Krieg sind. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Wie sieht der denn aus? Ja gut. Das ist feindliches Gebiet. Die Rasse wird dich so lange angreifen, bis du verlassen hast. Oh, deine Entscheidung fliehen, kämpfen oder vor Frieden schließen. Was soll es sein? Ja, 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 ja. Dieses Territorium wird von der Heimatrasse dieses Sterns kontrolliert. Sie betrachten ihn als aggressiven Akt. Nein, Leute. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will nicht, dass du mich hier kaputt machst. Geh bloß weg. Ich will mich mit euch hier verbünden. Los. Beachte die vielen großen Waffen gar nicht, die auf dein Hirn zielen. Sieh die nur zu deinem Schrein. Oh Mann. Okay, die sind ganz schön aggro. Ich komme in Frieden. Du tust gut daran, uns demütig zu begegnen, Fremder. Ach, sehr gut. Die sind nicht mehr aggressiv. Na, schaut mal, wir können sogar Missionen für die machen. Dein Versuch, um zu gefallen, gefällt uns. Ja, wir suchen eine Pflanze. Ein feindlicher Angriff mit Biowaffen hat Hexika auf unserer Welt ausgerottet. Würdest du uns ein neues Experiment bar beschaffen? Sicher. Klingt lustig. Gut. Du bist überzeugt, den Auftrag annehmen zu können? Das ist gut. Wir erwarten aber auch den Mut und die Sehigkeit, die Sache schnell und effektiv abzuwickeln. Die Motoren des wirtschaftlichen Aufschwungs werden durch die Hexika-Pflanze neue Höchstdrehzahlen erreichen. Dir bleiben noch drei Sektonen. Los jetzt, Soldat. Bin bald wieder da, okay. Gut, Hexika-Pflanze vom Planeten Xarinaka. Wo ist er denn? Xarinaka? Wo ist denn der? Xarinaka? Ich fliege jetzt noch nicht zurück. Ich mache jetzt erstmal die Mission hier für die. Weil ich möchte mich unbedingt mit denen anfreunden. So, wir gucken jetzt die ganzen Sterne nach. Ah, hier Frick-Sternensystem. Da muss ich gar nicht überall rein. Frick-Sternensystem. Hier. Frick. Frick. So, Mission, genau. Wo sind die denn? Wo ist denn das Frick-Sternensystem? Moment. Ja, ihr seht, Spore hat sich... Oh. Noch mehr Aliens. Ihr seht, Spore hat sich jetzt grundlegend nochmal geändert. Ähm... Nur Frage ist jetzt, wo ist das Frick-System? Ah, hier Frick. Alles klar. Okay, Leute. Tarinaka? Hier drauf. Spore hat sich grundlegend geändert. Jetzt ist es jetzt quasi ein Weltraum-Shooter. Ah, schaut mal da. Was haben wir denn hier? Da ist was auf dem Schiffsradar. Ja, was denn? Ah, Gewürzturm. Gewürzgeysir. Du hast einen wilden Planeten entdeckt. Zahlreiche Kreaturen und Pflanzen leben hier, mit deren Hilfe du auch andere Planeten... ...auch auf andere Planeten leben bringen kannst. Wilde Planeten haben zudem reiche Gewürze verkommen und sind zur Kolonialisierung geeignet. Genau, Leute. Blaues Gewürz, ich glaube, den kolonisiere ich auch direkt. Blaues Gewürz ist immer gut, Leute. So. Ähm, genau. Mach mal unseren Stamm da hinten hin. So, Leute. Blaues Gewürz ist immer so gut. Cool. Wir haben ihn jetzt kolonisiert. Sehr schön. Reich 1 Plakette. Sehr gut. Gut, aber wir müssen ja hier ein Tier scannen für die, ne? Oder eine Pflanze war es genau. Eine Pflanze scannen. Ah, ne, bringe uns eine Pflanze. Uiui, wir haben nur noch zwei Minuten. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir sollen denen eine Pflanze bringen. Wir haben nur noch zwei Minuten, Leute. Das passt ganz gut, weil unsere Folge ist auch gleich zu Ende. So, schaut mal hier. Die bauen jetzt für uns blaues Gewürz ab. So, wo waren die denn? Die waren da vorne, ne? Schnell in Fliegen hier. So. Wir haben's. Es ist vollbracht. So, meine Uhr. So, meine Uhr. Alles klar. Es ist vollbracht. Schon als wir uns kennenlernten, wussten wir, dass du ein wahrer Freund der freien Marktwirtschaft bist. Denn wenn es für jeden billig wäre, gesund zu leben, würden die Motoren, die Wirtschaft, der Quarbert Reichgesellschaft am Laufen halten. Äh, woher war ich hier? Den Geist aufgeben, und das können wir nicht zulassen. Nimm deine 15.000 Spordollar. Bezahlung und Ghi. Und zu keinem ein Wort über Hexika. Sonst müssen wir dich als feindes Fortschrittsband marken. Und das gibt immer Trecken. Gut, Leute. Ähm, ja. Wir sind jetzt mit denen neutral. Das ist ganz gut soweit. Wir wollen nämlich am Anfang keinen Krieg, Leute. Bitte keinen Krieg. Gut, Leute. Schaut mal, wir sehen jetzt hier schon unser Reich. Unser kleines hier. Drei Planeten. Gut, Leute. Da meine Uhr allerdings jetzt geklingelt hat, würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Ich hoffe, es gefällt euch soweit hier die Weltraumphase. Ja, es hat sich geändert. Es hat sich sehr geändert, Leute. Cool. Und, ja, da würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen und mache dann gleich weiter. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.